Willkommen zu einer kleinen Reihe von Anleitungsvideos für den Videokonferenzdienst von Dataport auf der Basis von Jitsi. Sie sehen nun das zweite Video der Reihe, das Ihnen Hinweise zum Ablauf eines Meetings geben wird. Im ersten Video ging es um die Einführung in Jitsi, das dritte Video richtet sich an die Teilnehmer, also vor allem Lernende, mit denen Sie arbeiten wollen. Bevor Sie Ihr erstes Meeting mit Teilnehmenden starten, sollten Sie Ihren Raum bereits benannt und betreten haben. Auch haben Sie sich sicherlich bereits mit den Grundfunktionen von Jitsi vertraut gemacht, indem Sie das erste Video angeschaut haben. Das ist gut. Denn nun sollen Lernende und andere Lehrkräfte in Ihren Raum kommen können. Dazu ist zunächst wichtig zu wissen, dass der Raum von weiteren Teilnehmenden nur zu betreten ist, wenn Sie ihn bereits gestartet haben. Sie müssen den Raum also bereits betreten haben. Hilfreich ist daher, den Raum bereits einige Minuten vor dem offiziellen Beginn zu starten. Um Teilnehmenden beim ersten Einsatz von Jitsi Gelegenheit zu geben, ihre Technik auszuprobieren und sich ihrerseits in Jitsi zu orientieren, können Sie den Raum auch erheblich früher starten. Es empfiehlt sich daher, ein reines Technik-Meeting anzubieten, das nur dazu da ist, technische Orientierung für die Teilnehmenden anzubieten, um später in einer Unterrichtssituation mit Jitsi möglichst wenig mit technischen Problemen beherrlicht zu werden. Ein guter Service für Teilnehmende ist auch, wenn Sie beim Betreten des Raumes bereits Hinweise vorfinden, was dort später stattfinden soll. Dazu lässt sich zum Beispiel gut eine Präsentationsfolie nutzen. Hier ein Beispiel für eine Ankündigung. Spielen wir nun durch, welche Dinge Sie Ihren Gästen in einem kurzen Meeting vermitteln könnten, das vor allem die technische Einführung in Jitsi beinhaltet. Dazu sind erst einmal Vorbereitungen zu treffen. Zunächst müssen Sie den Teilnehmenden die notwendigen Informationen des Meetings auf den Kanälen mitteilen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Die Infos beinhalten mindestens den Link auf den Raumnamen. Der Link sollte so aussehen. Dann geben Sie die Startzeit des Meetings an und die Zeit, ab wann der Raum geöffnet ist. Und natürlich auch das Thema des Meetings. Ihr Name als Veranstalter des Meetings darf auch gern genannt werden. Für ein nun beginnendes Technik-Meeting schlage ich Ihnen folgende inhaltliche Struktur vor. Zeigen Sie den Teilnehmenden, wie Sie Ihre Kameras und Mikros aus- und einschalten. Vor allem ist der Hinweis wichtig, dass die Teilnehmenden nach dem zentralen Stummschalten ihr Mikro selbst wieder einschalten müssen. Welche Maßnahmen bei schlechter Übertragungsqualität zu treffen sind. Was können also Teilnehmende bei einer schlechten Internetverbindung tun, um weiter erfolgreich am Meeting teilnehmen zu können? Wie Teilnehmende zu Wort kommen. Hier ist die Meldefunktion das richtige Instrument. Wie die Bildschirmfreigabe funktioniert. Also das Zeigen von Medien für Sie und auch für Teilnehmende, zum Beispiel um deren Arbeitsergebnisse zu zeigen. Nun starten Sie zu gegebener Zeit Ihren Raum, zeigen Ihre Begrüßungsfolie und entscheiden, wie Sie das Rederecht für die Teilnehmenden zu Beginn handhaben wollen. Wenn Sie den Raum zur Orientierung für die Teilnehmenden schon früher öffnen wollen, kann es von Vorteilen sein, dass die Teilnehmenden untereinander sprechen können. Zu Beginn des Meetings selbst sollten Sie allerdings erst einmal allein sprechen können. Die Teilnehmenden also stumm schalten. Beachten Sie aber, dass die Teilnehmer ohne Ihr Zutun Ihre Mikrofone sofort wieder freischalten können. Sie sind also in gewisser Weise vom wohlwollenden Miteinander in Ihrem Raum abhängig, was Störungen durch offene Mikrofone oder Zwischenrufe betrifft. Begrüßen Sie nun Ihre Gäste. Stellen Sie kurz das Thema des Meetings dar und erläutern Sie Ihr Vorgehen. Wenn Sie mit anderen zusammen moderieren, stellen Sie diese kurz vor. Wenn Ihre Teilnehmenden für sich noch keine Namen eingetragen haben, bitten Sie sie am besten jetzt darum. Sie erkennen die Namenlosen am Eintrag Fellow Jitster. Ein Klick auf den Namen ermöglicht es ändern. Erklären Sie nun, wie die Kameras eingeschaltet werden und fordern Sie dazu auf, dieses zu tun. Wenn es bereits jetzt Übertragungsprobleme geben sollte, ermuntern Sie Ihre Gäste, diese Probleme zu kommunizieren. Dazu erläutern Sie kurz das Melden mit dem Handzeichen, wenn Sie eine mündliche Kommunikation zur Problemlösung bevorzugen. Das kann bei wenigen Teilnehmenden die erfolgreichere Strategie sein. Nutzen Sie den Chat, wenn Sie eine ganze Klasse vor sich haben. Zeigen Sie kurz, wie der Chat funktioniert und fordern Sie dazu auf, die Probleme in den Chat zu schreiben. Sie gewinnen dadurch Zeit und können dann die Probleme nach und nach abarbeiten. Gleichzeitig lernen Ihre Teilnehmenden so die Chatfunktion kennen. Um Übertragungsprobleme in den Griff zu bekommen, zeigen Sie, welche Möglichkeiten die Qualitätseinstellungen bieten. Das geht über diesen Weg, den ich Ihnen gerade zeige. Vielleicht bekommen Ihre Teilnehmenden Ihre Videoprobleme so bereits gelöst. Als letzte Möglichkeit bleibt das Abschalten der Kameras, um ausreichende Übertragungsgeschwindigkeiten realisieren zu können. Auch ein Hinweis an Ihre Gäste, von zu Hause möglichst eine WLAN-Verbindung ins Internet zu nutzen, auch wenn Handys benutzt werden, kann hier helfen. Je nach Wohnort kann eine Mobilfunkverbindung erhebliche Probleme bereiten. Wenn nun alle Teilnehmer im Meeting mitarbeiten können, sollten Sie die Bildschirmfreigabe zeigen. Bereiten Sie sich darauf vor, indem Sie einige Medien zur Hand haben. Das kann ein Textdokument sein, eine Präsentationsfolie oder einfach ein Foto. Hier können Sie entscheiden, ob Ihr gesamter Bildschirm freigegeben werden soll oder nur das Fenster der jeweiligen Anwendung. Nur ein Anwendungsfenster freizugeben hat den Vorteil, dass Sie parallel mit weiteren Programmen weiterarbeiten können, ohne dass Ihre Gäste dies sehen. Eine Besonderheit ist das Freigeben von sogenannten Browser-Tabs. Das sind einzelne Tabs oder Fenster innerhalb des Chromium-basierten Browsers. Das kann sehr interessant werden, wenn Sie mehrere Internetseiten bereits vorab geöffnet haben und nun Tab für Tab zeigen können, während Sie selbst in einem anderen Browser-Fenster weiterarbeiten. Hier sehen Sie die freigegebene Webseite der Medienberatung des IQSH, während ich eine andere Webseite parallel lade. Und dann kann ich ganz einfach zum zweiten Browser-Tab wechseln. Wie können nun andere Teilnehmer Ihre Bildschirmfreigaben realisieren? Das ist zugleich ganz einfach, aber auch mit etwas Vorsicht zu genießen. Jeder Teilnehmende kann seinen Bildschirm jederzeit freigeben. Die Freigabe ist in der Kamerakachel des Teilnehmers zu sehen. Und nun kann jeder Teilnehmende sich die Freigabe auf seinen Bildschirm holen, indem sie oder er auf die Kachel klickt. Das kann dazu führen, dass jeder Teilnehmer etwas anderes auf seinem Bildschirm sieht. Hier gilt es also, mit klaren Ansagen zu arbeiten, wer wann etwas präsentiert. Gleichzeitig kann man so aber auch paralleles Arbeiten an Material realisieren, indem immer nur eine Teilgruppe auf eine bestimmte Freigabe zugreift. Das könnte zum Beispiel in einer Situation von Vorteil sein, wo Lernende verschiedene Ergebnisse präsentieren und vergleichen sollen. Allerdings muss man immer mit der Einschränkung leben, dass Teilnehmende mit iOS- oder Android-Geräten aktiv keine Freigaben auslösen können. Es ist also wichtig zu wissen, mit welchen Endgeräten Ihre Teilnehmenden unterwegs sind. Das ließ sich zum Beispiel auch im Chat erfragen. Wenn Sie innerhalb des Meetings ein Gespräch initiieren wollen, nutzen Sie mit Ihren Teilnehmenden die bereits gezeigte Meldefunktion. Hier muss man als Moderatorin oder Moderator gut aufpassen, da das Icon für die erhobene Hand in der Kamerakachel des jeweiligen Teilnehmers sehr klein ist. Wenn Sie eine Freigabe gestartet haben, kann es mit nur einem Monitor schnell unübersichtlich werden. Eine Alternative wäre, dass sich die Teilnehmenden mit ihrem Namen im Chat zu Wort melden. So hätten Sie gleichzeitig eine Rednerliste. Sollte sich im Meeting die Notwendigkeit ergeben, Daten zu speichern oder auszutauschen, geht das innerhalb von Jitsi nicht. Dazu müssen Sie auf ein anderes zusätzliches Werkzeug wie Schulkommen Sie zurückgreifen. Gehen wir nun davon aus, dass Sie mit Ihren Teilnehmenden das Thema erschöpfend behandelt haben. Dann geht es daran, das Meeting zu beenden. Nach einem gelungenen Schlusswort müssen Sie dann die Teilnehmenden bitten, sich aus dem Meeting zu entfernen. Wenn Sie das Meeting nicht als letzter verlassen, bleibt der Raum aktiv und die Teilnehmer können ohne Ihr Zutun im Raum weiter kommunizieren. Das kann auch gewollt sein. Wichtig aber ist zu wissen, dass Sie Ihren Raum dann quasi unbeaufsichtigt zurücklassen. Das aktive Entfernen eines Teilnehmenden führt zu Effekten, die zu Unbesichtlichkeit führen, wenn nämlich der Teilnehmende wieder versucht, in das Meeting zu kommen. Dann taucht er als Kachel auf, kann aber nichts weiter unternehmen. Insgesamt ist es so, dass gerade zu Beginn das Moderieren von Online-Meetings recht anstrengend werden kann, weil von allen im Meeting erheblich mehr Disziplin verlangt wird als in einer Live-Situation. Das Durchsetzen von disziplinarischen Maßnahmen wie einer Kamerasperre, einer nicht aufhebbaren Mikrosperre oder von weiteren Maßnahmen außer dem Entfernen einzelner Teilnehmer, ist in Jitsi nicht vorgesehen. Daher funktionieren Jitsi-Meetings dann besonders gut, wenn die Teilnehmenden aktiv und verantwortlich mitwirken. In diesem Sinne wünschen wir Medienberater Ihnen eine glückliche Hand bei der Durchführung von Online-Meetings mit Jitsi. Wir hoffen, dass Sie dieses Video bei der Arbeit mit Jitsi weitergebracht hat. Falls Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich gern an die IQSH Medienberatung. Vielen Dank fürs Zuhören und Zusehen. Vielen Dank fürs Zuhören.